ich denke nur wir uns mal hier lang oder wir sammeln uns erst mal hier schade ich werde darüber lang und dann hier oben lang mal gucken dass wir über alle so ein bisschen gleich oder aufpassen führte spiel im panzer und es wird der panzer würdiger steht ihr nur rum wir warten mal kurz noch bis der antrag kommt und wir schießen mal das ding hier sind hier kommt er hier hinten steht der panzer wo ist vorwärts auch gut werft werft ja komm komm was soll das eigentlich sein das mg stellung ja das denke ich noch zu stellen okay ach sonst war es echt knapp voll auf die 12 das war nicht ganz einfach hätte ich mir ein bisschen ein bisschen einfacher vorgestellt okay okay es sind irgendwie ja aber ich habe die ja immer nur so das hautquartier ein bisschen verbessern 1057 ohja aber gerade so ach aha jetzt ziehen wir also mit meinem stützpunkt in eine neue karte ach so das ist unschlecht also ja okay okay cool befestigungsanlage entfernen befestigungsanlage entfernen nö nein ach so ach so was kostet was kostet uns das ja auch 400 wir würden in jagdpanzer dazu kriegen habe ich mal klatt verbessert und zwar den ja das können uns ach so aber den können wir uns ja gar nicht kaufen oder doch 1400 und warum können wir uns den hier nicht kaufen Panzerbriefstufe 6 mhm wir kaufen jetzt mal den und oh der ist ok schon dreifach oder so ausgerüstet ich möchte aber gerne den verbessern und den ohne ok so ich möchte zum kampf aha jetzt konnte ich 300 mitnehmen das ist schon mal gut ich nehme noch den mit noch was ok so was wird uns das ja aber 16 punkte das ist auch irgendwie so komisch aufgeteilt ist zum kampf oh der hat zwei auseinander liegende punkte oder markierung so das sieht doch schon das sieht doch gar nicht so schlecht aus wir nehmen uns zuerst rechts mal rechts näher dran ist aus meiner sicht aber wir warten alle hier ok ich habe gedacht jetzt sind drei punkte ok die schweine hier sind die agtpanzer stehen auf denen sehr gut hier kommt ein bisschen zurück oh jetzt nimm das Ding hier ein zack ging das Haus zu fahren so das ist unser genau jetzt würde ich sagen fahren wir hier immer um und rum dass die Infanterie auch nur so schnell unterwegs ist Panzerabwehr das ist nicht gut sehr gut freigesegelt so dann auf den letzten Punkt ja die Karten sind irgendwie bisschen klein finde ich nicht schlecht aber klein oh oh Gott damit so 3 so 3 Panzer ein Panzer das ist jetzt die Dinger ich auch sehr gut ich sehe kein Panzer egal lage des Gegners wurde erobert sehr gut ne du 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 Kann ich jetzt zuerst auch hier? Was fehlt mir hier? Baubrigade-Stufe. Was sind denn hier? Ist das Level 8? Baubrigade. Ah, okay. Ich kann das Ding hier stehen lassen. Materiallager. Wie ist das Ding? Gibt es keinen Namen. Weil ich nicht gerne mal wüsste. Haubitzenbeschuss. Haubitzenzhalve. Aha, okay. Speer. Verhelpschenjäger-Truppe. Eroberende Befestigungsanlage. Jetzt habe ich hier noch Sturmflugzeug und Aufklärungsflugzeug. Große Rauschleier. Okay, das ist alles bloß nochmal Level mehr. Okay, ich habe auch keine Aufgaben mehr. Also könnte jetzt wohl anscheinend Freischnauze jetzt hier mich verbessern oder wie auch immer. Hier möchte ich mich selbst mal gerne was ist das hier? Aha, ich bin noch 51 Minuten und 30 Sekunden von einem Angriff geschützt. Wer will mich denn hier angreifen? Können die doch nicht machen. Aha, hier sind über meine Befestigungsanlagen. Ähm. Ich wollte eigentlich gerne noch irgendwie sowas hinbauen. Ach, hier, das ist unsere Baubregale. Ah, hier können wir sie auch noch aufrüsten. Äh, kostet uns. Ja, gut, einmal frei. Hat uns auch nicht. Panzerbüchsenstellung 2. Jetzt können wir uns eine Forschungsabteilung bauen. Aber würde er um Panzerbüchsen Level 2 zu haben. Jetzt ist es Level 3. Level 2. Ach nee, wir müssen es über Level 3 haben, oder? Ach so, der steht hier. Ja. Panzerbüchsenstellung. Oh, eine Flak. Kostet 5.700. Lager, Dingsbums da. Hm. Das könnten wir vielleicht mal noch machen. Und zwar. Hier mal vielleicht noch unsere Panzer einfach mal hinstellen. Wenn doch mal jemand kümpt, dass wir da mal was machen können. Kann der von hier hinten hochfahren. Scheint so. Dann stellen wir das mal hier hin. So an unserer Hauptbasis. Und hier stellen wir einfach mal halt ins Rote rein. hier haben wir sogar schon eigentlich was. Das wir mal stehen. Und hier müssen wir aufpassen hier nicht, dass wir hier vom Bargolf-Wahrer überfahren werden. Das ist nämlich alles Wahnsinnig. hier. Hier kann er nicht rülp. Doch anscheinend. So. So. Verteidigung testen. Hat man das letztes irgendwo schon mal? Ne, das passt ja auf jeden Fall nicht mehr da drauf. die können jetzt hier irgendwo hinlegen oder wie hier liegen schon welche was ist das infanterie min alter ist ja krass eigentlich von hier so hin ja denken wir hier sein panzerbüchsenstellung aha ich denke auf jeden fall recht doof kann ich das ding hinstellen sehr geil aber da müsste man die eigentlich hier so hinstellen so dass die hier nicht rein rennen können mit unserer gegen also panzerabwehr okay so das haben wir hier unten nochmal zwar so hier und dann hier unten mal soll jetzt dumm weil die können einfach nur außen und rum aber hätte jetzt wenig nebeneinander bauen können und schade dass man sowas nicht mehr bauen kann aber ich denke mal das war's erst mal wieder kurz über meine basis können wir vielleicht irgendwie ein haus bauen das ist ja alles so voll ist können wir hier nicht irgendwas noch verbessern hier ja klar das hier was kostet uns das ja klar ja immerhin hatten wir nicht hier unten ohne eins ja ich könnte mir jetzt auch mal verbessern das kostet 53 ach sind das okay könnte ich oder will ich hier ins haus reinstecken na gut dann sage ich hier tschüss und sehen und hören uns beim nächsten mal lasst euch gut gehen haut rein tschüss 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 tschüss